Am Sonntagmorgen des 14. Juli brach in Mösen St. Jakob an der Gartenstraße ein Feuer aus. Schon von Weitem konnte man die Rauchschwaden sehen. In einer Recyclingfirma brannte ein Teil eines Reifenlagers. Die Flammen griffen auf einen Kleintransporter über. Dieser brannte fällig aus. Fast 60 Einsatzkräfte der umliegenden Wehren waren vor Ort. Sie deckten den kompletten Brand mit einem Schaumteppich ab. So konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers auf den Rest des Reifenlagers verhindert werden. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei.